Hey, ich bin Lukas. Vielleicht geht es euch wie mir, denn ich habe noch keine Ahnung, was ich später mal werden möchte. Deshalb habe ich mich bei Check den Job vom Landkreis Görlitz angemeldet. Und gleich treffe ich meinen Coach. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hier sind deine Arbeitssachen. Danke. Und dann kann es direkt losgehen. Wir befinden uns jetzt hier im Abkälbebereich, wo die Kälber, die noch nicht einständig trinken können, wir denen auch mal helfen müssen. Also wir nehmen jetzt einen Vormelkbecher, melken die Kuh vor und gucken, ob die Milch in Ordnung ist im Vormelkbecher. Dann wischen sie ab und dann hängen wir die Kuh mit dem Melkzeug an, dass das Kalb dann was zu trinken hat. Was ist das Tolle an der Landwirtschaft? Das Tolle an der Landwirtschaft ist, dass man mit Tieren zu tun hat, dass man mit Technik zu tun hat und dass man immer draußen an der Natur ist. Wie viel verdient man in der Ausbildung? Im dritten Lehrjahr verdienst du 615 Euro brutto. Und wo ist die Schule? Die Berufsschule ist in Löbau. Ja Lukas, jetzt heißt es für dich Kälber ausmisten. Bitteschön. Okay. So Lukas, jetzt hast du es geschafft. Wie hat es dir denn bei uns heute gefallen? Also mir hat die Arbeit mit den Tieren und der Technik richtig viel Spaß gemacht. Alle weiteren Informationen zu Check den Job findest du im Internet und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sorry.